Wir werden heute einmal ein Bild auf einen Vorhang bringen und zwar mithilfe des Versetzenfilters. Los geht's! Herzlich willkommen in diesem Video, schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Mein Name ist Rick und ich habe jetzt einfach mal ganz spontan zwei Bilder geöffnet, weil ich mir dachte, ich wollte schon immer mal ein Video über den Versetzenfilter machen und zwar wie man ihn anwenden kann, was der eigentlich macht. So ganz grob erklärt, ich würde jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, sondern es soll eher so ein kleiner Quick-Tipp sein. Und zwar werde ich das anhand eines Beispiels machen, wie wir ein Bild auf einen Vorhang bringen. Und zwar einen Vorhang, der nicht glatt gezogen ist, sondern der gewählt ist und da werden wir mithilfe dieses Versetzenfilters diese Wölbung einigermaßen mit aufgreifen. Wie das Ganze funktioniert, will ich dir jetzt zeigen. Wir springen einfach mal direkt auf den Rechner und das Ganze sieht so aus. Also wir haben hier einmal einen Vorhang und man sieht schon ganz genau, was ich meine, dass das hier so gewählt ist. Wir haben ganz viele unterschiedliche Tiefen und Einwählungen und so weiter und so weiter. Und das soll alles mit berücksichtigt werden, so einigermaßen. Und deswegen habe ich mir dieses Bild geschnappt und habe es gleich mal in dieses Dokument hier reingebracht. Wichtig ist, dass beides jetzt die gleiche Größe hat. Also für dieses Beispiel ist das halt relativ wichtig. So, wir spielen das jetzt einfach mal durch und ich erzähle dir mal, was ich mache. Also, wir werden jetzt mit dem Versetzenfilter arbeiten. Das heißt, wenn ich das Bild jetzt markiere, dann auf Filter, Verzerrungsfilter, Versetzen. Und hier muss ich gewisse Werte einstellen. Also zum Beispiel horizontale Skalierung, vertikale Skalierung und was hier passieren soll, das kannst du dann einfach so übernehmen. Ich mache jetzt mal 10, 10. Das heißt, es gibt eine Verschiebung um jeweils diesen Bereich im horizontalen und im vertikalen Bereich. Dann muss ich eine Datei auswählen. So, welche Datei zum Geier muss man jetzt auswählen? Ganz einfach, wir müssen eine Matrix-Datei auswählen. Und diese Matrix-Datei, die müssen wir erstmal erzeugen. Denn diese Matrix soll ja sich auf genau diesen Vorhang beziehen. Das heißt, Photoshop öffnet dann die Matrix von genau diesem Bild. Also die Matrix werden wir jetzt gleich erstellen, wie gesagt. Und anhand der Matrix wird dann in diesem Bild, also die gewissen Stellen, die relevanten Stellen, werden dann anhand der Matrix verschoben. So, ist immer ein bisschen schwieriger zu erklären, als es in der Praxis dann wirklich ist. Was wir wirklich brauchen, ist folgendes. Wir nehmen uns dieses Bild und werden es in schwarz-weiß umwandeln. Denn eine Matrix muss schwarz-weiß sein. Also muss nicht, aber es ist halt vorteilhaft. Deswegen nehme ich mir mal eine Verlaufsumsetzung, die von schwarz zu weiß geht. So, und jetzt machen wir folgendes. Wir legen noch eine Tonwertkorrektur an und erhöhen einmal die Kontraste. Ja, weil entsprechend der unterschiedlichen Kontraste wird dann auch unterschiedlich das Bild verschoben. Bei einem neutralen Grauwert von 128 wird nichts passieren. Das heißt, bei 128 bleibt jeder Pixel da, wo er ist. Alles andere geht in die Berechnung mit rein. Und genau das machen wir jetzt. Das heißt, wenn das jetzt die Matrix ist, ich weiß, du hast dir vielleicht unter einer Matrix gerade ein bisschen was anderes vorgestellt. Aber letzten Endes ist das die Matrix, die Photoshop braucht. Und die müssen wir als Photoshop-Datei, das heißt als PSD, abspeichern. Das ist ganz wichtig. Also, Shift-Command bzw. Steuerung und S oder alternativ Datei speichern unter. Zack. Und ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Matrix. Im Versetzenordner bei mir sage ich speichern. Sage okay. Und jetzt kann ich folgendes machen. Ich wähle mir jetzt meine Datei, also mein Bild aus, meine Ebene. Das ist im Übrigen schon ein Smart-Objekt. Würde ich dir auch empfehlen, das als Smart-Objekt jetzt zu konvertieren, falls dein Bild kein Smart-Objekt ist, weil dann hast du die Möglichkeit, jederzeit diesen Versetzen-Filter wieder zu ändern. Falls dein Bild kein Smart-Objekt ist und das Ganze sieht so aus, einfach ein Rechtsklick machen und sagen, in Smart-Objekt konvertieren. So, und jetzt machen wir folgendes. Wir gehen auf Filter, Verzerrungsfilter und sagen Versetzen. So, und hier machen wir jetzt wieder Horizontal skalieren, erst mal 50, Vertikal 10, dann Verschiebungsmatrix auf Wiederholen und definierte Bereiche, Kantenpixel dürfen wiederholt werden und Dateidaten in Smart-Objekt einbetten. Genau das wollen wir haben. Sagen jetzt okay. Wählen uns die Matrix aus, sagen öffnen und schauen mal, was passiert. Wenn wir uns das Ganze mal angucken, dann hat sich hier ein bisschen was bewegt. Also das sieht hier irgendwie ganz komisch nach oben, nach unten versetzt aus. Ich mache mal kurz vorher, nachher. Man könnte jetzt schon ein wenig erahnen, also hier in diesem Bereich, dass wir hier so eine Art Faltenbildung bekommen haben. Und genau das ist auch passiert, basierend auf unserer Matrix. Und jetzt machen wir folgendes. Also jetzt gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, diesen Vorhang ins Spiel zu bringen. Und das müssen wir jetzt machen. Wir können zum einen sagen, dass wir hier einen Doppelklick drauf machen, um in die Ebenenstile zu kommen. Und jetzt werden wir die darunterliegenden Ebenen einfach in den Tiefen etwas ausblenden. Und das bedeutet, dass an den dunklen Stellen von der darunterliegenden Ebene die aktuelle Ebene ausgeblendet wird. Ja, das sind die sogenannten Blend-If-Methoden. Da habe ich schon mal einen ganzen Crash-Kurs zu gemacht. Den kannst du dir auch gerne angucken. Und wenn ich jetzt die Alt-Taste drücke, dann kann ich diese Tiefen einmal splitten. So, das wäre eine Möglichkeit. Das Ganze sieht jetzt recht schwarz aus. Ich bestätige das mal mit OK, weil es sieht schwarz aus, weil wir nämlich immer noch die Hilfsebenen von unserer Matrix mit drin haben. Du siehst, wenn ich die jetzt deaktiviere, dann fällt das Ganze schon ein bisschen anders aus. Also gehen wir nochmal in die Ebenenstile und ziehen mal den Schwarzpunkt weiter. Und du siehst, dass der Vorhang immer weiter sichtbar wird. So, ist aber letzten Endes immer noch nicht das, was ich mir so wirklich wünsche. Deswegen mache ich jetzt folgendes. Ich gehe wieder in die Ebenenstile und sage, ich schmeiße diese Blend-If-Methode raus, nehme mir den Vorhang und verschiebe den Vorhang über meine Ebene. Und jetzt lasse ich meine Ebene einfach mit einem entsprechenden Ebenenmodus mit meinem Bild darunter verrechnen. Und schau mal, multiplizieren sieht doch an sich schon mal gar nicht so verkehrt aus. Es wird alles ein bisschen dunkler, ist aber gar nicht so verkehrt. Die aufhellenden Methoden, die funktionieren eher weniger. Dafür aber zum Beispiel hartes Licht oder Lichtpunkt und so weiter. Das könnte alles funktionieren. Aber ich glaube, dass wir hier mit diesen Füllmethoden eigentlich ganz gut fahren. Zum Beispiel lineares Licht oder multiplizieren. Ich nehme mal multiplizieren. Und jetzt könnte ich folgendes machen. Ich könnte einfach nochmal eine Gradationskurve anlegen, um das Ganze wieder etwas aufzuhellen. So, vielleicht nicht in den Lichtern da oben. Aber das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. So, und jetzt können wir uns das Ganze mal angucken, was hier nämlich passiert. Wenn ich jetzt mal den Versetzen-Filter ein- und ausblende, dann schau mal, was sich hier in diesem Bereich tut. Das Ganze wird hier etwas verschoben. Das Ganze hat so oder macht den Eindruck, als wenn es hier so eine Wölbung reingeht. Genauso wie hier. Wenn ich das Ganze nochmal deaktiviere. Hier in diesem Bereich sieht man das eigentlich sehr schön. Wenn ich den Filter jetzt nochmal aktiviere, dann siehst du, dass hier so einen richtigen Bogen nach vorne schlägt. So, wenn wir das Gefühl haben, oder auch hier, also da, wo sich eigentlich der Vorderbereich vom Vorhang mit dem hinteren Bereich überlappt, da wird wunderbar das Ganze versetzt. Wenn du das Gefühl hast, dass die Versetzung zu wenig ist, machst du einen Doppelklick auf Versetzen und wählst einfach ganz andere Werte. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal 30 in der horizontalen Skalierung und schau mal, was passiert. Ich muss die Matrix nochmal neu bestätigen und sehe, dass das etwas zu viel war. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel ganz viel Struktur verloren bekommen oder verloren gegangen. Das sieht nicht mehr ganz so schön aus. Deswegen mache ich das nochmal rückgängig und sage, eine Skalierung von Pi mal Daumen 15. Und vertikal versuche ich dafür mal auf 30 zu gehen. Wieder die Matrix auswählen. Und dann sieht das Ganze so aus. Gar nicht so schlecht, wie ich finde. Vorher, nachher. Das sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen realistischer aus. Es ist mir tatsächlich etwas zu doll. Deswegen gehe ich nochmal in den Filter rein und sage, ich probiere es erstmal mit 20. Zack. Und das finde ich doch an sich schon gar nicht so verkehrt. Ja, das heißt, wir haben jetzt dafür gesorgt, dass das Bild entsprechend der Matrix einmal angepasst wurde. Wir haben den Vorhang mit Licht und Schatten wieder ein bisschen zurückgeholt, weil letzten Endes ohne Vorhang haben wir das Ganze zwar ein bisschen verschoben, aber wir können damit halt nicht wirklich was anfangen. Deswegen ist es schon sehr wichtig, dass wir den Vorhang wieder mit ins Spiel bringen und dann so halt auch die Struktur von dem Vorhang quasi wieder mit übernehmen. Das sieht man halt hier hinten, dass die Struktur von dem Vorhang wunderbar mit überlagert wird und so kriegt das auch eine relativ realistische Haptik. Okay, so kannst du ganz einfach, eigentlich ganz einfach ein Bild auf einen Vorhang bringen oder auf eine Flagge oder was man auch ganz gerne nutzt oder wofür man die Methode auch ganz gerne nutzt, ist, Tattoos auf den Körper zu bringen. Oder wo benutzt man das noch sehr gerne? Zum Beispiel bei Autos, um Beklebungen zu simulieren und Stellen, die halt nicht ganz glatt sind. Ja, dafür kannst du das alles nutzen oder was ich zum Beispiel auch ganz gerne genutzt habe, ist diese Verschieben-Matrix bei Composings im Schattenbereich. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Schatten auf einem Kieselstein oder so hast oder auf Kieselsteine im Allgemeinen und du hast ganz viele Unebenheiten, da ist die Verschieben-Matrix eigentlich präxioniert dafür, damit zu arbeiten, beziehungsweise der Verschieben-Filter, Versetzen-Filter mit der Matrix in Kombination kannst du wirklich eine Menge, Menge mitmachen. Okay, soviel dazu. Ich hoffe, das ganze Video hat dir gefallen. Ich hoffe, dass du vielleicht mal ein kleines Verständnis dafür aufbauen konntest, wie das in der Praxis funktionieren kann. Wichtig ist, dass du halt eine Matrix aufbaust, die Matrix als PSD abgespeichert ist und du dort ein gutes Kontrastverhältnis hast. Homogene Fläche im Graubereich wird dich nicht sehr viel weiterbringen, sondern du musst halt wirklich Licht und Schatten in der Matrix haben, damit diese ganze Verrechnung funktioniert. Und genau, probier es einfach mal aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du im nächsten Video wieder mit einschaltest. Abonnier den Kanal, aktivier die Glocke, lass mir gerne einen Daumen da, falls dir das Ganze gefallen hat und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.